So, mit dem dann natürlich dementsprechend auch, äh, weitermachen. Wenn euch jetzt fragt, ey, wieso spielt es hier auf der einfachsten Stufe, diese Dinge, aus dem Grund, äh, nur um das zu zahlen, aufzunehmen und dann hochzuladen, weil hierfür gibt es, glaube ich, keine Trophäen und wenn es dafür doch Trophäen geben sollte, wenn man einen bestimmten Rang hat, mache ich die, nachträglich. Wir müssen, glaube ich, dieser noch gleich sehr große Kackpratze ankommen. Glaube ich. Ja. Ich weiß, äh, im Game, also in der Hauptstory kam hier ein riesengroßer Kackpratze runtergejumpft. Es war schön, dass ich hier nicht weiterkomme, Leute. Oder was weiß ich? Ah, okay, ich weiß nicht was. Kurz einmal nachladen. Oh. Ich weiß, das spielt hier keine Pünktchen. Ich weiß nicht. Okay, jetzt geht's. ich sollte mich erst mal kurz ich muss auch nach hinten aufpassen und ich bin so und ich muss immer richtig Destroysen! Mein Gott, ich kann euch nicht nachdenken! Oh, so einer, ich ja da. wie komme ich denn auch noch hallo das war die abzuhauen Okay, ich bin erstmal hier raus. Oh, sterben wir gleich. Oh, sterben wir gleich. Und wir heißen, wenn der Alarm weg ist, kommen auch keine Gegner mehr. So, dass wir dann können, dass wir sozusagen kriegen können. Du hast 13 Gegner schnell hintereinander getötet. Du hast 3x mit einer Explosion getötet, 4 von hinten, 68 Objekte der Umgebung zerstört, 34% deiner 359 Schuss haben die Gegner getroffen. Du hast 390 Schuss abgegeben. Statistik dann halt hier. Getötete Elite Soldaten 12 macht 600. Also einer sind 600 glaube ich. Also 12 x 600 ergibt dann 1200 Punkte. Getötete Soldaten. Macht 13. Eine Anzahl wert pro 400 macht insgesamt 5200. Getötete Scharfschüssen 7. Einer ist wert 600. Macht 4200. Mit Combo getötet 13 macht 200. Mit Combo getötet 13 macht 200. Pro Combo macht 2600. Getötete Schwergepanzerte Soldaten 800. Davon 2 macht 1600. Getötet mit Kopftreffer 3. Pro Kopftreffer tot 200 macht 600. Durch Explosion 3. Durch Explosion 2 macht 200 pro Kill. Also 600. Gesamt. Erkühlt mit Sturmgewehr 51. Verlegt mit der Gegner 8. Von hinten 4. Mit Schockhammer 3. Getötet mit 2. Besten Liste. Rang 0. Freunde 0. Rang. Nicht bekannt. Global 0. Da das wahrscheinlich keiner gemacht hat. Oder so. Das weiß ich nicht. Also meine Freunde haben es gesagt. Nicht. Dass ich mich dann mit meinen Freunden messen kann. Aber an der Stelle bedanke ich mich. Erstmal hier zu gucken. Bei dem dritten Video. Bei der Herausforderung. Ähm. Ich weiß aber auch nicht. Was ich noch erwähnen muss. Ich weiß aber auch nicht wie ich das hochlade. Ob ich erst die Herausforderung hochlade. Also dann wäre das jetzt vielleicht das dritte Video. Oder ob ich erstmal die sozusagen in Anführungszeichen die Altron Level. Sozusagen die Retro Level aus Wolfenstein 3D hochlade. Die hier verboten sind in Wolfenstein der Old Blood. Dann wäre das. Dann wäre das das. Äh. Das dritte Video. Wie gesagt von Wolfenstein der Old Blood. Da ich nicht weiß wie viel. Ähm. Wie das von Wolfenstein der Old Blood. Da kommt. Da ich erst das aufzeichne. Und Wolfenstein der New Order danach aufzeichne. Aber von der reinen Folge. Wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt. Oder gesehen werdet. Da kommt erst Wolfenstein in die Order. Mit allen Drummentrennen. Denn erst Wolfenstein die Old Blood. Und dann Wolfenstein 2 den Nicolossus. Natürlich in einem Ordner. Als ich hier im. Ähm. In der Herausforderung bei dem Video sagte. Beim Forschungszentrum. Wie gesagt. Einen Wolfenstein in den Ordner. Und noch einen Wolfenstein in den Ordner. Ich denke mal. Ich werde die aber so bezeichnen. Dass ich einmal. Den anderen Ordner. Wo ich das schon hochgeladen habe. Und schon fertig ist. Was aber erst im Jahre 2019 freigeschaltet wird. Oder plötzlich veröffentlicht wird. Dass ich da hinschreibe. Wolfenstein. Die Hauptstory. Und dann hier halt den. Äh. Wolfenstein. DLCs. Herausforderungen. Oder wie auch immer. Ich den einen Ordner. Wo nur die Hauptgeschichte ist. Dementsprechend auch so. Dann benennen werde Wolfenstein. Die Hauptstories. Und den jetzt hier. Wo ihr jetzt dieses Video seht. Was natürlich jetzt deutlich vorher. Vorher freigeschaltet. Oder veröffentlicht wird. Dass der denn anders. Benennen wird. Vielleicht nenne ich hier. Wolfenstein DLCs. Oder sowas. Muss ich denn gucken. Aber der andere. Der heißt. Die schon hochgeladen sind. Der heißt momentan. Wolfenstein. Der benenne ich immer um. Später in Wolfenstein. Die Hauptgeschichten. Oder die Hauptgeschichte. Oder die Hauptstory. Oder die Hauptstory. Und ich glaube Wolfenstein. Die Hauptstory. Nenne ich die andere. Wo halt. Wie gesagt nur. Es um die Hauptstory geht. Und den Rest. Wie gesagt. Ist halt in diesem Terminal. Ich denke mal. Dass ich den hier wahrscheinlich. Ähm. Den hier. Ähm. Wolfenstein DLCs. Oder Wolfenstein Erweiterungen. Nennen werde. Wenn ich ihn Wolfenstein. Beispielsweise. Wolfenstein DLC Erweiterungen. Nenne. Heißt das nicht. Dass in Wolfenstein Demi Order. Oder in Wolfenstein Demi Order. Es in DLCs gab. Wie ihr hier sehen könnt. Dass es hier nur. Um die. Um die. Herausforderungen gibt. Beziehungsweise. Um die. Retro Levels. Die einzigen DLCs. Die es gibt. In Wolfenstein 2. Den. Kolossus sind. Da nur 3. Die kommen natürlich. Hier aber auch mit rein. Speziell. Wird in Wolfenstein 2. Da. Komplett. Auch. Herausforderungen kommen. Denn auch. Einmal. Die kompletten. Levels. Ähm. Wolfenstein 3D. Weil da. Haben sie nämlich. Wolfenstein 3D. Komplett reingebaut. Das heißt. Alle Levels. Alle Flure. Das heißt. Was heißt. Flur 1. Mit allen Levels. Bis hoch. Ich glaube ich. Flur 6. Was es damals gab. In Wolfenstein 3D. Sind alle hier verbaut. In Wolfenstein 2. Das heißt. Es kommen alles. Hier rein. Auch. In Wolfenstein 2. Die DLCs. Wenn sie dementsprechend. Freigestellt sind. Dass sich das. Ein. Ich könnte es auch. So machen. Als ich andere. Oder mache. Wo alles drin ist. Aber dann. Wüsste ich. Ähm. Das Veröffentlichtdatum. In dem Monat. Wo ich sie gemacht. Äh. Habe. Das ist glaube ich. November. 2019. Glaube ich. Oktober 2019. Ich glaube. Oktober 2019. Ich glaube. Ist glaube ich. Die. Evil wird in. Aber der erste Term. Evil wird in. Und den DLCs dazu. Und ich glaube. November 2019. Habe ich den. Komplett Wolfenstein. Also Wolfenstein New Order. Wolfenstein. Dual Blood. Und Wolfenstein 2. Und das Wolfenstein 2. Am letzten Tag des Moors. Also am 30. und 31. November. Dann drin. Dann müsste ich das dann so passen. Dass dann erst die Geschichte kommt. Oder erst die weißige Geschichten. Also was heißt Wolfenstein. Wolfenstein. Die Order. Die Herausforderung. Denn dementsprechend. Ähm. Level. Und den Herausforderungen. Denn Wolfenstein. Die Old Bloods. Mit den Herausforderungen. Die Level. Und den Wolfenstein. Zwei. Aber. Wie gesagt. Dann mache ich jetzt. Wie gesagt. Diese. Extra Option. Äh. Dass ich das dann. Die. Äh. Sachen. Die nicht. Zu zeigen. Zur Geschichte. So. Wie das jetzt. Vorher hochladen kann. Wie ich es jetzt gerade. Euch erklären kann. Das denn. Die Geschichten. Aber erst. Zu einem späteren Zeitpunkt. Auch. Wenn sie schon. Seit dem Kasten. Geschnitten. Gerändert. Und hochgeladen sind. Wie gesagt. Zu einem späteren Zeitpunkt. Kommen. Das nun mal. Die Band dazu. Als Brandnotiz. Und wir sind gleich. Wieder. Bei der Seilbahn. Plattform.